Vorher gucken wir uns nochmal die Notiz an. So, na toll, verkehrt. Ähm, wo war denn das? Ich geh jetzt einfach hier drauf. Notiz. Anleitung, da ist er. Äh, Seitenfolgendes, Anzeigen hoch, 8 und runter 8. Okay. Ach ja, ich bin ja hier noch drin. Ähm, dann nehmen wir, wo ist denn jetzt die hier? Toll. Machen wir mal 3. 1. Und das sind 8. So, der bleibt jetzt mal unten und der bleibt unten. Jetzt muss ich den versuchen in der Mitte zu kriegen oder so. Ich wiss es nicht. Ich denke es mal. Wir werden es aber sehen. Da ist doch eine Mitte. Was willst denn du? Hä? Oh, nee, das hab ich doch jetzt verkehrt gemacht, oder nicht? Nee, das ist doch richtig. Müsst du noch weiter runter oder wie sehe ich das nun? Ja, ja. Mach ich halt nochmal alles in der Mitte. Ah, ich bin halt, äh, eigentlich nicht so weit. Nein. Ich leg mich durch. Ah. Jetzt, äh, äh, wo musste ich aber nochmal hin? Ich musste komplett runter. Ja, komplett runter. Ach man. Ich hoffe, ich lauf jetzt richtig. Aber, ja, gut. Ich bin richtig. So, und jetzt muss es aber funktionieren. He he, es funktioniert. Steht denn jetzt hier? Okay. Jetzt kann ich den Vorschuh benutzen. Was ist denn jetzt so los? Wackeln mal nicht hier rum. Ach, jammer nicht. Öh, Hilfe. Alter. Aua. Komm, geh da durch. Mann, ey. Lauf ich erst mal so gegen das Scheiß. Was soll denn das? Ist ja... Hä? Alter. Geht's noch? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Tschüss. Wie ich vor Stuhl hasse. Bäh. Was? Oh. Ihh, jetzt ist das schon wieder da. Was ist denn jetzt kaputt? Ich will hier raus. Hallo. Scheiße. Scheiße. Aua. Äh, leben wir jetzt noch? Alter. Alter. Ah, erst mal aufstehen wir doch hier. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Also wir können jetzt nicht nochmal hoch. Schade. Aber ich will ja gar nicht sein, irgendwie. Ich will irgendwie wieder hoch. Was denn jetzt? Ja, ist ja in Ordnung. Und ich drödel da nicht. Ach, nicht schön wird er das. Komm mal mit hier. So, du nervst mich eh bloß. Und tschüss. Nächsten Stein. Weg hier. Hau ab. Ach, komm mal mit. Du nervst auch. Oh Gott. Spring, spring. Klatsch. Ja, na super. Gehst du jetzt so? Nee. Toll. Und ich kann den aber auch nicht mal bewegen. Nimm mal mal den Stein hier. Und verzichte ich. Komm, rutsch mal da hin, damit ich den Stein hier kriege. Ich will mir jetzt nochmal einen Stein. Und zwar den hier. Hehe, scheiße. Funktioniert gar nicht. Ah, doch. Hehe. Funktioniert alles. Den muss ich ja noch vorher wegziehen. Ist blöde Kuh, ey. Ah. Ach, sehr ruhig. So. Mitkommen. Und jetzt gehe ich durch die Tür. Hehe. Lass mich durch die Tür. Achso. Nee, oder? Alter. Alter. Was? Was? Alter, hör auf. Ich hoffe, das Vieh ist hier nicht irgendwo. Super, da ist kein Neb. Nichts drinne. Oh, ich will hier nicht. Sein. Überhaupt nicht. Ich brauche Licht. Ach, mit so einer Büchse. Mit Büchse. Komm schon her, jo. Dämlicher Stuhl. Na, nimmst du die mal auf? Geht doch. Oh Gott, ey. Okay, geht's also nicht weiter. Oh. Ich glaube, ich verstecke mich gleich irgendwo. Ein Teil, hier ist die Tür zu. Rutsch mal. So, jetzt haben wir einen Hammer gefunden. Ich gehe hier rein. Nein. Alter. Bist du doof? Wie viel Öl haben wir denn jetzt überhaupt noch? Ja, nicht mal viel. Aber naja. So, ich lasse die Tür jetzt erstmal offen hier. Nicht, dass das Vieh hier irgendwo ist. Was ich mir gut vorstellen kann. Scheiße. Schnell, 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 los. Scheiße. Duck dich. Duck dich, Alter. Du sollst dich ducken, Alter. Fuck, ey. Och, Mann. Jetzt bin ich gegen die Türe gelövend, Stimme Kuh. Du darfst nicht aufgeben. Ja. Ich will auch nicht aufgeben. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt hier in der Ecke, oder wie? Ach, ne. Ich bin hier. Ja. Super. Warum kommt das Vieh auch daraus geschossen, ey? So, jetzt mach ich mir wieder erstmal die Türe auf. Ah, wir den Hammer haben wir doch jetzt, oder? Ja, gut. Geht die nicht weiter auf? Ne, gut. Ah, Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt hier gleich wieder. Scheiße, ich renne ja irgendwo durch, ey. Gibt's doch gar nicht. Was für Schrecken? Hm, bestimmt das Vieh. Meisel haben wir jetzt auch noch aufgenommen. Das ist super. Ich frage mich aber, für was... Für was wir das brauchen? Einer der verschlossenen Gefängniszellen hat ein leicht zu öffnendes Schloss. Ja, das mache ich aber jetzt nicht. Das mache ich dann erst. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Lass mich! Ach, ich habe keine Zünderbüchse mehr. Scheiße! Das wäre ein Mist. Was? Lass mich! Lass mich! Lass mich auch nicht so... Kommst du hier irgendwo? Hast du dich hier irgendwo versteckt? Bitte lass... nicht so sein. Psst, ich bin nicht so laut. Ich glaube, das Vieh kommt da. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das kommt. Irgendwo da. Ich hoffe es doch. Kommt das jetzt nun hier? Mit dem man sich nicht losen, scheißt hier. Hier unten ist er nicht gut. Aber zum Glück ist er nicht hier. Da war er. Ich habe ihn gesehen. Komm, wir laufen jetzt schnell hier hoch. Verschwinden. Verstecken uns hier drin, Alter. Komm. Komm schon. So. Lesen wir mal. Suche einen anderen Weg um das versperrte Tor. Ja, dafür muss erst mal das Vieh hier weg sein. Ich habe das doch gesehen! Das ist doch da unten irgendwo. Genau da unten. Genau da! Ich glaube, das kommt. Och Mann. Geh runter. Kommt das jetzt wirklich? Ich will gar nicht gucken. Ich sehe das nicht. Ich will aber nicht weiter vorgehen. Nein. Das weiß ich auch gleich, weil er nur ist. Bloß weil er kein Licht hat. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Ist mir jetzt egal. Ach nee, von hier kam ich ja. Ich will nicht da runter. Da ist es doch irgendwo. Ich weiß es doch. Das lauert auf mich. Das lauert doch hier irgendwo. Irgendwo lauert das. Ich habe bloß keine Ahnung wo. Ah, da ist noch was. Da ist noch Öl. Hihi. Komm her, Jo. Guck. Guck, guck. Bist du hier irgendwo? Ne, oder? Bist nicht hier. Gut. Bist aber auch nicht hier. Das ist schon.